Ne, das ist ein Bons im Mund, Entschuldigung. Wenn man gleich mit zwei Vlogs im Rückstand ist. Eieieiei. Ich bin mit dem Vlog von vorgestern noch im Rückstand, obwohl es jetzt fertig ist. Das muss ich jetzt nur exportieren. Aber das musst du gerne auf den Laptop schneiden. Und das Vlog von gestern konnte ich schon auf den Rechner schneiden hier. Aber das muss ich halt auch schneiden. Eigentlich war Regen angesagt, aber das sieht ja noch ganz gut aus. Ich überlege nämlich, ob ich mit Cookie statt der großen Gassi-Runde lieber joggen gehe. Würde uns wahrscheinlich beiden gut tun, nicht nur körperlich. Naja, ich ziehe erstmal das Bett ab und dann schaue ich mal, wie das Wetter dann aussieht. Bett gerade abgezogen, aber das schreckt mich dann noch nicht ab. Dann gehen wir trotzdem, wenn es nicht schlimmer wird. Aber jetzt muss ich das Bett erst noch beziehen. Mal sehen, wie es dann aussieht. Jetzt regnet es wieder. Eben hat es kurz aufgehört. Und jetzt bin ich mir gar nicht mehr so schlüssig, weil irgendwie sieht es ein bisschen ungemächtig aus. Aber ich habe echt Bock zu laufen. Bist du so furcht? So wie gehen Joggen. Es regnet doch noch. Und ich weiß nicht warum, aber der GoPro-Akku, obwohl ich ihn gestern am Computer hatte zum Laden, zeigt schon wieder fast leer an. Vorm Rumliegen. Was ist denn los mit den Akkus? Schranken zu. Einen Vorteil hat der Regen, aber der Schnee von heute Morgen ist weg. Heute Morgen lag nämlich noch ein bisschen Schnee. So, und wieder auf den Rückweg. Ergebnisse seit Sausage jetzt in dem Kopf. Es ist unglaublich, was manche Fahrzeughersteller tagfahrlich nennen. Eine Kerze im Scheinwerfer oder auf dem Armaturenbrett würde wahrscheinlich mehr bringen. So, ich habe euch ja gesagt, ich mache ein Update und sage euch, wie viel ich gelaufen bin. Und zwar waren es 4,72 Kilometer in 33 Minuten und 50 Sekunden. Durchschnittliche Pace waren 7 Minuten 10 pro Kilometer und Geschwindigkeit 8,4 km. Nicht überragend, auch ein bisschen schlechter als die letzten Male, glaube ich. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jetzt muss ich zur Arbeit. Altersnachweis brauchen sie, glaube ich, nicht. Na, wollen wir nicht mal glauben, dass wir 18 sind. Ich habe auf Snapchat jemanden gesehen, der nennt seine Snaps Vlogs. Nennt es, wenn er morgens anfängt, immer Vlog Nummer so und so. Und da kann man sehen, wie man will. Aber ein Snap bleibt ein Snap und ein Vlog bleibt ein Vlog für mich. Aber vielleicht bin ich auch nur so ein altmördischer, alter Sack. Wie auch immer. Aber interessant ist, dass Snapchat Facebook eingeholt hat oder inzwischen wahrscheinlich schon überholt hat. Mit 8 Millionen Video Views pro Tag. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, habe das nur heute Morgen umfugelesen. Schon interessant, schon krass. Und in Deutschland benutzen mehr Leute Snapchat als Twitter. Oder hat Snapchat mehr aktive User als Twitter. Und ich verwunderlich, so richtig den Durchbruch hatte Twitter bei uns ja nie. Und da habe ich so drüber nachgedacht, warum Snapchat eigentlich so einen Hype hat. Am Anfang hieß es ja so, Snapchat ist ja die Plattform da, wo sich alle Bilder schicken, wie sie nackt sind. Oder welchen Schweinkram machen. Und wann hat sich das gewandelt? Warum? Ich weiß nicht so recht. Aber so ein bisschen ist Snapchat schon das Twitter von früher. So gefühlt. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob das nur mir so geht. Aber Twitter war irgendwie immer so. Also ganz am Anfang. Jetzt auch nicht mehr. Jetzt ist Twitter irgendwie nur noch eine Linkschleuder. Aber ganz am Anfang war es ja irgendwie so, dass man über Twitter schnell mal fix seinen Status abgeben konnte. Wo man ist, was man macht. Und irgendwie haben es die richtigen Leute gelesen, weil ja, weil noch nicht so viele User auf Twitter waren. Und irgendwie war man auf Twitter so eine kleine verschworene Gemeinschaft, die halt ein bisschen mehr Ahnung hatten, als die, die so bei StudiVZ waren. Und ich weiß nicht. Und deswegen hat man Twitter irgendwie so wirklich benutzt, um wirklich schnell mal so seine Gedanken rauszuhauen. Macht man heute, glaube ich, nicht mehr so. Nicht mehr so auf Twitter. Ja, weil so viele User da sind, weil es sowieso nicht mehr die richtigen Leute lesen. Das Gefühl von damals, was man mit Twitter hatte, warum man das gemacht hat, das hat man heute bei Snapchat. Glaube ich. So ein bisschen. Mit dem Zusatz, dass es irgendwie noch cooler ist als Twitter früher, weil man halt auch Fotos und Videos schicken kann. Und klar, man kann lustige Filter noch benutzen und so. Also ist Snapchat irgendwie das neue Twitter. Aber warum ist Snapchat so ein großer Hype geworden? Also ich kann mir schon vorstellen, weil es irgendwie so eine kleine verschworene Gemeinschaft ist. Also so klein ist die Gemeinschaft ja nicht. Also benutzt ja nun wirklich schon recht viele. Facebook, da ist halt jeder Hinz und Kunz und die meisten Leute, mit denen man nichts zu tun haben will eigentlich. Aber irgendwie dann doch haben muss. Twitter ist inzwischen halt zu überladen mit Scheiß. Mit Scheiß, den man nicht sehen will. Snapchat hat halt viele Vorteile. Die Fotos, die Videos, dass es nach 24 Stunden wieder weg ist. Man muss sich keine, nicht so große Gesorgen machen, dass dann den Scheiß, den man da verbreitet, irgendwo anders wieder auftaucht. Und irgendwie kann man da so ein bisschen die Sau rauslassen, weil da einem nicht der Nachbar Klaus Dieter folgt wie auf Facebook oder so. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr denkt, warum Snapchat so ein großer Hype ist. Oder so ein großer Hype geworden ist inzwischen. Würde mich mal interessieren, was ihr da so denkt. Außerdem denkt an meine Aktion Snapchatter des Tages. Schickt mir eure Snap-Bilder, schickt mir eure Snap-Videos, euren Snap-Code oder den Snap-Code von jemandem, den ich featuren soll, den ihr gerne folgt. Das war es für heute. Das war es wirklich für heute. Also dann, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.